Hallo, ich bin Herbert Hermann, der Häuserspezialist. Ich bin heute in Esslinge in der Parkstraße. Da gibt es eine Drei-Zimmer-Wohnung zum Verkaufen. Die gucken wir uns mal miteinander an. Wir sind hier schon drumherum. Das ist praktisch in diesem Haus da, Nummer 86. Und da gehen wir jetzt mal rein. So, jetzt gehen wir hier in das Kinderzimmer. Die Fenster sind Süd, Süd, Ost. Gucken wir mal raus. Das Dicken ist ein Garten. Das hier ist ein Einbauschrank. Das ist ganz praktisch. So, dann haben wir das Zimmer. Das ist das Kinderzimmer. So, dann gehen wir mal kurz einen Blick ins Bad reinwerfen. Hier, kompakt. So, dann sind wir hier in der Küche. Das ist eine kompakte Einbauküche. Da ist auch hier die Therme für die Wohnung. Und da hinten raus ist der Balkon. Da werfen wir es mal im Weg hinaus. Von hier ist es ganz schick. So, dann gehen wir hier noch ins Schlafzimmer. Super hell mit Morgensonne. Hier können wir da raus gucken. Da ist der Balkon. Und das ist praktisch im Moment Elternschlafzimmer. So, dann werfen wir hier einen Blick ins Wohnzimmer rein. Das ist aber auch Fenster nach Süd, Südost. Da haben wir vorhin schon mal raus geguckt. So. Also Platz für den Essbereich und zum Wohnen. So, dann. Das ist noch von dieser Seite an. So, dann sind wir soweit durch. Wenn ihr die Wohnung fällt, dann geben sie mir einfach Bescheid. Und es sind mir eine Kontaktdaten. Und dann können wir einen Ortstermin für sie machen. zuwenden sie können nd. So, dann werden wir da. Du commessier un'ьте. Du bist der Pick After Temple. Jetzt rundherst Co.